Das war's für mich. Was machst du mich eigentlich so blöd an? Du raffst wohl nichts. Raffst wohl gar nichts. Hast du deine kleinen grauen Zellen in Urlaub geschickt? Jetzt beweg deinen ausgefälligst rüber in die Garage zu Noah. Da gehörst du hin. Also los, fahr ab und hilf, Noah. Kümmere dich um deinen Job. Ich hab übrigens die Tür offen gelassen, damit du möglichst schnell wieder rüber in die Garage kommst. Ist das klar? Also setz dich in Bewegung. Na los, mach, dass du wegkommst. Geh endlich. Mach einen Abgang. Verpiss dich. Ich glaub, ich spinne. Ich muss mal wissen, wo man verdammt nochmal in dieser Branche ordentliche Mitarbeiter herkriegt. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich hab nochmal. Das sieht übel aus. So ein Mist. Deckard, wo ist er? Im Haus. Nein! Rette dich! Oh shit.